Gute Nachrichten vom Abschlusstraining des FC Bayern München, einen Tag vor dem Champions-League-Heimspiel am Mittwochabend gegen Eindhoven. Bis auf Franck Ribéry haben sich alle verletzten Spieler zurückgemeldet und wollen morgen zumindest im Kader stehen. Heute haben alle Spieler trainiert. Vidal, Douglas Costa, Bernhard und Martínez gut trainiert. Sie kommen heute Abend ins Hotel. Nur Ribéry ist aus der Mannschaft. Ich entscheide morgen die Aufstellung und die Bank. Seinen Platz in der Startelf einigermaßen sicher sollte Arjen Robben haben. Nicht, weil er von 2002 bis 2004 selbst bei der PSV gespielt hat, sondern weil er wieder 100 Prozent fit ist und mit seiner Klasse und Erfahrung einfach extrem wichtig ist für die Mannschaft. Robben ist ein fantastischer Spieler und er hat sehr gut gespielt. In den letzten zwei Spielen hat er zwei Tore geschossen. Ich bin sicher, dass er die Mannschaft helfen kann. Eine weitere gute Nachricht, die Spieler haben eingesehen, dass die zuletzt gezeigten Leistungen mit drei sieglosen Spielen in Folge zu wenig sind, um sich national und erst recht international durchzusetzen. Deutliche Reaktionen wurden schon in den Trainingseinheiten nach Frankfurt gezeigt und sollen morgen Abend, auch im so wichtigen Champions-League-Gruppenspiel gegen Eindhoven, umgesetzt werden. Wir haben uns vielleicht überlegt, wo wir ansetzen können. Wir haben im Training, glaube ich, schon eine Reaktion gezeigt, dass wir da eben nicht einverstanden waren mit den letzten Leistungen, haben richtig Gas gegeben, die Einheiten seitdem. Aber zumindest was Einstellung, was eben diese 100-prozentige Leistungsbereitschaft, Gier, wie man es auch so gerne nennt, betrifft, haben wir bei uns auf jeden Fall Verbesserungspotenzial ausgemacht. Und das wollen wir morgen direkt zeigen, dass wir eben, dass wir absolut nicht glücklich sind, wenn wir eben so spielen wie zuletzt, sondern dass wir nur zufrieden sind, wenn wir wirklich an unser Leistungsmaximum gehen. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017